Bist du behindernd? Schau dir das mal an. Das gibt es doch nicht. Unmöglich sowas. Die können dem Kind doch gar nichts bieten. Naja. Was sollen denn die Leute sagen? Das arme Kind. Ich frage mich ja auch, ob das überhaupt geht. Wie soll das schon gehen? Die haben halt gefühlt. Das ist doch eine ganz normale Familie. Wir alle anderen auch. Zeig uns dein barrierefreies NRW auf www.bist-du-behindernd.de Was soll man dazu noch sagen? Du, recht hat er. So geht Vielfalt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.